wo ist mein wo ist mein Bogen mein Bö mein Bö der Karte war ich glaube ich kann ja gleich einen neuen Mann mit über das wo ist der Chefs Backpack wie kann ich meins blind benutzen ja du musst ihn einfach nur benutzen da du bist ein neuen Bogen jetzt sag ich nicht der Backpack liegt auf dem Baum drauf kann man den Baum hier fällen ja warte ich fälle gleich ein Baum ich habe das Gefühl mein Backpack packt irgendwie da drauf rum weil der wird mir hier nicht Flugzeug mal gucken wo das da 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 ah unterm Baum lag Claudio 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 komm hier danke danke fucken shit man ja das war heavy wir müssen mal die Lecks in der Mauer reparieren wobei ich scheiß drauf die wird eh niedergeschüßt so wenig hau fan of pasta ich hab pasta gefunden das passt ja du kannst sowas kochen das passt ja muss ichs kochen okay naja du kannst es glaub ichs so essen das ist in ne dose gell ja kannst du so essen wunderbar ja du da Prozent Prozent Baupfer eigentlich sollte Claudio aus jagen Kürze alle Fakten werden schon mal hier den Vorhof freigemacht da sind wir weiter Steine Nice Soll ich den Bär jagen? Ja den Bär, jag den Bär Ich hab Angst Das mach ich sicherlich nicht Würde ich auch nicht tun Das ist so als Tipp Ich brauch nur einen Haufen Steine und alles wird gut Dann hätten wir genügend Die blöden Penner haben sich hier schon Haben wir einen Keller? Wir haben einen Keller Aber wie kommt man da hin? Ich bin da jetzt durch die Außenwand reingekommen Die Frage ist Ach das sind die zwei Türen im Erdgeschoss die wir nicht eingeschlagen haben Die blauen Paper und Gunpowder Oh das ist gut Und jede Menge Medic Kisten die aber gelockt sind Medic Ich bin jetzt hinten durch die durch die Wand rein Also irgendjemand müsste sich von oben mal durchklopfen Äh Hier ist eine Leiche Das ist eine verschlossene Tür Noch eine verschlossene Tür und noch eine verschlossene Tür Gut Dann guck ich mal dass ich mich jetzt äh mal hier weiter durchklopfe Wissen du überhaupt Ich bin unten im Keller Ich komm da jetzt auch nicht mehr raus Weil ich bin oben durch ein Loch in der Hauswand Ich komme gleich Ich sammle noch ein paar Steine So und dann Fuck Hab ich noch genug für eine Oh Gott sei Dank Ich hab Gott sei Dank ein bisschen was gesammelt Noch ein paar Steine Hier ist noch ein Stein Oh nein 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 Pass auf jetzt ist hier unten im Keller ein Bär Das wär's Okay Das wär wirklich irgendwie Höchstinteressant Wie kam ne Bär hier rein? Die Antwort hat nur Abdullah Abdullah Galiläa misst du mich Äh hier ist wahrscheinlich der Weg nach oben Wo man absolut Sie haben die Fragen Wir haben die Antworten Galiläa misst du mich Ja Ja genau das sind die zwei Türen die wir nicht kaputt gehauen haben Die hätten uns in den Keller geführt Und hier im Keller gibt's noch Räume zur Kundenpasse Cool 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 Ich weiß nicht mal wo der Keller ist Hinten im hinteren Teil vom Haus noch so blaue Türen Ich hab Papier gefunden mein Papier Davon kann ich mit dir ein Team machen Wow Ich hab wirklich gedacht hier wer hier ist Hinteren Teilen sagst du Hinteren Teilen groß Ja Ich hab gehört wie du versucht hast die Türen aufzumachen Hier sind noch jede Menge mysteriöse Räume Where the fuck are you? Ah Duckfood Da ist also ein Toilett Danyi I'm coming Danyi I'm coming I'm coming to rescue you Häääääääääääääääääää Oh eine Toilette Weinstein Pate, bist du da? Komm, wir gleich. Hallo. 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 Wo ist wer? A bottle of water. Das könnte mir sogar nützlich sein. Oh, das ist Daniel. Hallo, Daniel. Hä? Wow. Hast du dich durch die andere Seite reingeprügelt? Nee, hast du nicht. Hä? Achso, du bist auch durch das Loch gegangen. Ähm, okay, ich treffe... Ah, scheiße, doch. Doch, jetzt geht's. Na, was sind solche? Mach mal ins Gesicht, man. Ist das Claudio? Nein, das bin ich nicht. Was ist jetzt los? Oh, ich glaube, es tut uns weh. Warte, ich mach den Rest fertig. So, gerade euch die ganze Zeit nicht mehr zu wohl sein. Claudio, das Haus ist ja auch nicht so groß, ja? Ich sehe ich so ein Fäuglein. Ja, ich hab's da vorbeigelaufen, Claudio. So euch helfen. Ja, Claudio hat die Tür zu stellen. Ja, er hat mir voll geholfen, Mann. Hier ist das zu dir, Mann. So, ja. Gehen wir rechts oder links? Sind überall noch ganz viele Türen, die... Oh, die nehme ich. Meins, jetzt. Meins! So viel Los. mitmachen! Hö 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 Hö. contemporary of High Draene. T contents. Auf dem Leder abbiamo vuelto clue. Lelelelelelele.. Leleleleleeader booth. Oh mein, mein Lernlern. Letterpants. Dukt Tape. Duuuuuhu. Verschlossene Türen... Warte, welchen nehmen wir zuerst von den 20.000 Türen? Oh, hier ist auch eine, die unlockt ist. Da sind Bett drin. Oh, ich schaue Trosten wieder eine Horde. Schon wieder. Lettel. Psst. Psst. Die sind Tunde dabei. Das wird ja scheiße. Komm, die rein. Warum sind die so intelligent? Die sind eigentlich intelligent, die genervt... Geradeaus in Dumpfarten verbrühe ich alles, was ich dem Weg stelle. Das ist die Zombie-Eye. Das ist die Schlau, Claudio. Die Rennner von Knie, die einen Weg entlang. Was ist los? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, wie süß! Oh, wie süß! Oh, oh! Oh, oh, oh! 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 Bitte schnell, bitte schnell! Ich will nicht draufgehen! Danke! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Hier rein! Hier rein! Hier rein! Hier rein! Hier kommt! Hier kommt! Hier kommt! Oh, shit, Mann! Psst! Nein! Nein! Keu nicht! Herr hat hier und er ist jetzt die Tür! Na, bitte! Oh, scheiße, er macht sich gar nicht los! Was? Oh nein! Daniel! Ja, er ist, er ist gegangen. Okay, gut. Nein, ich zum Claudio. Ich mach nichts. Ah, das ist schon wieder, ich glaub das ist schon wieder ne Hundehorde. Ist gutes aus, nicht wahr Patze? Ja, wir hätten rechnen können, dass jetzt Hundehorn hier auftauchen. Also außerdem, wenn wir den Weg in den ersten Stock wegreißen, dann kommen die nicht hoch. Ja, und mein Bergwerk liegt jetzt so unten, verdammt. Ja, und wir sind auch hier unten. Ich bin infiziert, man. Scheiße. Ich guck mal, ob hier die Luft rein ist. Also hier im ersten Stock seh ich mal nix. Claudio? Ja, wenn wir hoch aufs Dach kommen, dann musst du etwas für mich tun. Was wäre... Du musst mich töten. Okay. Ich bin infiziert. Ich hab nichts mit der Infektion. Ich bin infiziert. Claudio wird damit wahrscheinlich schwerste moralische Probleme haben. Natürlich. Deswegen frage ich ihn ja auch. Weil ich weiß, wie schwer das für ihn ist. Ja, ja, ja. Ey, Jungs! Ich bin hier! Hallo. Was geht's? Ahhhh! 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 Oh Gott, jetzt! Ahhhh! Danke, Leute! Am Tag hat der Luft getötet. Ahhhh-gay. Oh fuck, mein Backpack ist immer noch da unten, oder? Liegt er in einem Raum da? Ja. Ja. Ich muss da runter. Das gibt's auch nicht. Are you sure about this? Ich muss da runter. Ich bin mein Backpack. Du kannst da drin bleiben. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich bin infiziert. Aber der Hund hat hier die Tür kaputt gemacht. Fick dich, wie der Hund aussieht. Scheißhund. Fick dich, fick dich, fick dich. Drecks Hund. Tu mir nicht so rümspacken hier. Mein Gott, sind hier so viele Hunde. Okay, was hat denn diese Leiche? Ich habe mir einfach mal Hundehorn angerannt. Ich glaube es nicht. Ja, damit jetzt keiner rechnet. Genau, Scheiße. Da ist ein Kackelhaufen. Ach da, nö. Ich bin ein Mann, ey. Iiii. Wo kommt dieses wörtliche Licht hier? So, wer will nachschauen und sich um. Part 2. Nein, ich bin viel zu wertvoll, ich bin viel zu wertvoll, ich bin viel zu wertvoll, ich bin viel zu wertvolle Gegenstände. Da wird der Sieben, steilnächster Mann. Ich bin dafür da, hier. Gut, Herr Mann. Was? Wie wirst du jetzt gucken, wie es um die Hunde steht? Wie bitte? Oh shit, oh shit, oh shit. Wir könnten auch einfach nach oben gehen und morgen weitermachen, also. Man sieht eh nix. Das ist hier noch genügend. Bei mir ist das Sack in Dunkeln, wo bin ich? Alles schwarz. Fuck was. Der Raum strahlt dunkel. Ich seh nix mehr. Wo bin ich, Alter? Ja, wirklich. All die Scheiße. Wo, wo? Jetzt, ich bin raus. Halt, das ist creepy. Oh, die shit. Als wäre dafür, wir gehen jetzt hoch. Oh, oh. Ich hab was. Ja, wie gesagt, das ist unser Problem, wir kommen nicht. Wir können es versuchen, aber. Also, das Haus war leer, also ich bin ein Problem, das runtergekommen. Okay, ich wollte dann nicht. Ich geh, Daniel auch. Ich seh, das ist alles so dunkel eigentlich. Scheiße, man. Hat dir mal noch ne Fackel? Nein, äh, warten wir mal. Oh, ich bin, ich bin im Erdgeschoss, okay, alles cool. Jetzt haben wir ein bisschen Licht. Äh, ich hab's sogar. Ah, okay. Dankeschön. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Okay. Äh. Okay, komm, komm, komm. Hier, da. Ja, ich komme. Auf stark. Da, da, du bist vorbeigegangen. Radio, Radio, hinter dir. Ich komm hoch. Ah, der redet in seiner Weg, okay. Puh, hallo. Soll ich aufs Dach kommen? Ja. Ja, natürlich, aufs Dach. Junge, Junge, Junge. We are the champions. We are the champions. My friend. And we keep on fighting to the end. Okay, Daniel. Daniel. Ich hab hier noch Holz für dich. Nimm das alles mal. Ja, ich bin gerade schon im Craften. Ja, du wirst es haben. Oh, wow. 10 Woodplinks. Ja, aber hier sind sie noch die Handstelle. Ich hab dir einfach mal alles, was ich habe gegeben. Ja, das mache ich jetzt alles zu Woodplinks. Radio, do it. Töte mich. Ja, do it. Mit einem Fall. Oh yeah, brother, you must kill me for the greater good. Wow. Brother, that was not good. Töte mich in die Hand, like a true man, brother. Oh yeah, you did good. Oh my god. Oh, ein Backpack, wen misst der wohl? Ich soll ich ihn öffnen. Ah, Daniel. Das war ein Witz, man. Daniel? Was ist los, man? Wow, wow, wow. Das ist behindert oder was? Ach, geh zur Seite, geh zur Seite, ach, geh zur Seite. Auf Leben und Tod. Willst du das? Nein. Ich schon. Ich muss jetzt hier mal, au, ich muss jetzt hier mal ein paar Sachen in der Truhe ab. Die ist ja verschlossen. Ist das nicht deine Patze? Ja, es ist meine, aber anscheinend kann nur die ich. Na, warte, okay, dann mach ich mir ne eigene Truhe. Au, jetzt. Okay, dann mach ich nochmal. Haufen. Eros. Okay. So. Was legen wir denn mal da rein? Nein, das kann man da reinlegen. 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 Na, verdammt. Das kann man da reinlegen. Das da. Das da. Braust du eigentlich nicht einen Iron Pipe? Ja. Gut, dann lass ich dir gleich mal fallen. Das hier, das hier, das hier. Das hier. Das. Das. Okay. Ja, den Rest kann ich bei mir behalten. Ja, okay. Und das Ding da. Dieser Land Claim Block. Den keiner von uns braucht. Ich bin der Champion. Okay. Gib mir einen Short Iron Pipe. Achso, ja. Nice. Das heißt, ich kann ja jetzt hier das Ding machen. Den Cooking Grill. Ja. Oh, yeah. Haben wir den Fleisch? Oh, yeah. Claudio, haben wir denn Fleisch? Ich hab kein Fleisch. Indisch. Claudio, was ist eine Aufgabe war, hast Fleisch zu besorgen? Deine? Stimmt scheiße! Wieso hab ich kein Fleisch besorgt? Nein meine, sorry! Ich bin jetzt Level 4, aber es bringt mir irgendwie nix. Wirklich, die Level bringen einem einfach gar nichts. Nee, die bringen einem nix, nö. Soll ich so ein Storage-Rooting hier machen? Was, Storage-Food? Ja, könntest du eigentlich machen, dann könnten wir unser gemeinsames Essen reinlegen. Okay. Achso, mein Inventor. Ja, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Ja, ich wollte nur gucken, was drin ist. Wir können dann unser gemeinsames Essen untereinander aufteilen, wie Brüder. Fuck off. Ja, gut. Okay, wo soll sie hin? Äh, stell sie irgendwo hier, wo es passt.